Es ist zwar noch nicht ganz der vierte Append, aber ich denke, jetzt sollen es mal alle vier an. Schau mal, schau mal, das ist Bautos da jetzt. Welded like a 13-year-old, fucking man. Hallo miteinander, Merry Christmas, ich kann schnell einen reingeschweissen. Michi ist in der Cage, brand new. Kurz schnell ein kleines Update. Und zwar, ich habe mein Auto jetzt eine Woche. Ich bin laufend am Teil suchen. Der Motor hier schon zerlegt. Alles voneinander genommen. Das sieht noch sehr mindig aus. Ein bisschen nachholen und dann läuft das. Hier drin, komplette Ärmchen. Das Fahrwerk eingebaut wird. Vorne ist geil, habe ich schon runter. Das war drinnen. Fünfmal. Zwei Oberbremszangen. Aus einem ZX. 300 ZX Z32. 30. Plus Antriebswelle. Aus einem 350 Z. Hier kommen wir rein. Oh. Etwas so da. Das aktuelle Stand. Eine Woche nach Kauf des Autos. Nie ist, wie es für sie geht. Wir haben mich und mehr Rans. Auf dem Weg. Zum Driftjob. Das ist eine Mähne. Was gibt es Besseres? красbar. Versteigt. Trifft auf der Choppel. Schau. Trifft auf der Choppel. Die sind mir schon gewiesen. Das ist echt eine Benzinpumpe. Fits like a glove. Du hast da mal auf die Seite, um etwas zu sehen. Ich habe die ganze Karte mal abgeklebt. Und dann fange ich raus zu putzen. So geil! Das sind ich ernst zu nehmen. Danke, Was. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020